Ich bin kein freundlicher Mensch, damit verdiene ich mein Geld. Ich kümmert mich um besondere Aufträge, die meistens daraus bestingen, dass ich andere Leute aus einem Haus vertreib. Wenn einer den Grund von einem anderen haben möchte und der aber nicht verkauft und freiwillig geht, nachher komme ich ins Spiel, nachher helfe ich ein wenig nach und sorge dafür, dass derjenige gar keine andere Wahl mehr hat, als zu verschwinden. Grad hab ich wieder so einen Fall. Um ein Hammerwerk geht's. Tief im Wald drin, sodass ich extra da hergereist bin. Vor einiger Zeit ist dort der Besitzer gestorben. Weil er das Werk so lang geführt hat, hat man überall einen Altherrn geheißen. So alt ist der geworden, dass er seinen eigenen Nachwuchs überlebt hat. Ich kenn solch deine Männer. Die sind in ihrer Arbeit und ihrem Geiz so verbissen, so unnachgiebig, dass du meinst, die lehm ewig. Selten sind es Leute, mit denen man gern beieinander ist, weil sie meistens grantig und aufbrausend sind. Man hat das Gefühl, vor lauter Stolz und Zorn, dass sie die Regel recht weigern, dass sie einen Löffel abgeben, weil sie ihre Sache nicht aus der Hände geben wollen. Aber an jeden von uns, er eilt der Tod irgendwann. Da kommt keiner aus, auch so einer nicht. Und jetzt ist das Werk an seinen Enkel übergangen, der nicht unbedingt ein Geschick dafür hat. Wäre ich im Dorf ins Wirtshaus reingeschaut und nach dem Hammerwerk gefragt hab, da haben mir die alten Bierdümpfe verzeiht, dass schon recht bald ein Buch runtergegangen ist, nachdem der Jung die Sache übernommen gehabt hat. Die Knecht sind ja am Vogelhofer. Und neue Knecht findet er nicht, weil keiner dort arbeiten will. Alleins ist für ihn natürlich noch schwerer, dass er die Sache irgendwie aufrechthalten tut. Aber verkaufen möchte er auch nicht. Anstatt einem Talent hat er offenbar bloß einen Stolz von seinem Großvater gehabt. Aber wie auch immer, mein Auftraggeber möchte das Hammerwerk haben. Und da komm ich auf den Plan. Gelacht war das, wenn ich den Burschen nicht von seinem Besitz runterkriegen würd. Ich hab nämlich schon ganz andere Geschichten erledigt. Und wenn ich gehört hab, dass es um ein Werk da hinten im Wald geht, da ist mir eh gleich ein guter Plan eingefallen, den ich als erstes probieren werd. Da herhinten pflegen sie nämlich den Brauch mit die Daudenbredeln. Das sind die Bahren, auf denen die Leichen von die Verstorbener gelegt werden, bis zum Begräbnis. Jeder Daudi kriegt sein eigenes Bredel. Und hernach stellen sie es draus auf, schreiben einen Namen drauf und verziehen sie mit Kreuzeln und andere Symbole. Schau, wie ich ans Dorf hingekommen bin, hab ich es gesehen. Auf dem Kalvarienberg haben sie es aufgereiht gehabt. Immer schön ein wenig außerhalb von der Ortschaft. Die Daudenbredeln haben nämlich eine besondere Bedeutung, weil die Leiche so eng mit dem Bredel zusammen ist und der Daudi dadurch seine letzte Verbindung zu unserer Welt hat. Bleibt der Geist vom Verstorbener eine Zeit lang am Daudenbredel hängen, bleibt auf unserer Welt und muss so lang umgehen, bis er seine Sünden abgedrungen hat. Er stand verfolgt das Bredel und man weiß, dass der Daudi der Leist ist. Drum stellen sie die Bredeln allerweil ein Gurtstickel vom Dorf weg auf, weil natürlich keiner die Geister bei sich in der Nähe haben möchte. Ah, wenn sie schon Daud sind und die meisten als Arme sollen umeinander ihren und keinem was anzuhören können, gibt es nämlich immer wieder welche, die nach dem Daud zu einem schrecklichen Gespenst werden, die andere Aufhocker, die Leitblung und ihren Schmerzen zufügen oder die daheim umeinander poltern, nachziehen und ihren Nachkommen die Lebenskraft aussaugen. Allerweil sind es solche Leit, die zu Lebzeiten schon scheusalig gewinn sind, die vor ihrem Ableben schon ihre Mitmenschen drangsaliert haben und die im Tod einen unbantigen Hass auf alles Leventige entwickeln. Ich hätte mir wetten getraut, dass der Altherr von dem Hammerwerk auch so einer ist, dass der nach seinem Tod kein Ruhe findet und am liebsten wieder zu seinem Besitz zurück gemächert. Und wenn ich zu den Todenbredel hingegangen bin, da habe ich sofort die Bestätigung dafür gekriegt. Weil obwohl der Altherr schon vor ein paar Jahren gestorben ist, hat sein Brädel ausgeschaut wie er frisch aufgestellt. Kein bissl war die Farbe verblasst, mit der sein Name drauf geschrieben haben. Und kein bissl war das Holz verwittert. Das dauert noch lang, bis das Brädel verfallen ist, weil der gute Mann noch viel Zeit hat, der als Geist umgehen muss. Und das hat mir genau in die Karten reingespielt. Wenn nämlich der Altherr im Tod immer noch so stolz und zäunig ist, nachher wird es leicht, sein Enkel vom Hof zu vertreiben. Nachher lass ich einfach das Gespenst, die Arbeit machen. Ich hab im Dunkeln das Brädel von seinem Platz weg da, hab es mit genommen und bin verstohlen zum Hammerwerk gegangen. Da versteck ich es nachher, wenn man nämlich so ein Todenbrädel von seinem Geweiden Blut wegnimmt und damit ent weit nachher wird der Geist wach, nachher kriegt der Tod eine neue Kraft und für gewöhnlich ist nach drei Tag so weit, dass sich der Geist, der zu dem Toden Brädel kehrt, das erste Mal zeigt. Da, wo das Brädel hingekommen ist, taucht er auf und wenn der Altherr wieder in seinem Hammerwerk ist, dann bin ich gespannt, was er sagt, wenn er mitkriegt, wie es mit seinem einstigen Besitz ein Bach runtergegangen ist. Nachher wird er grantig werden und der Jung wird das Werk gern für einen Spottpreis verkaufen. Grat anbädeln wird er mein Auftrag geber, dass der ihm die Sache abkauft. Vorhin habe ich die Grundstücksmauern von dem Hammerwerk schon hinter mir gelassen und bin aufs Haupthaus zugeschlichen. Ich wollte das Brädel direkt im Werk verstecken. Im hinteren Teil von solchen Betriebe lagern sie meistens das Graffel, was man vielleicht noch irgendwann brauchen kann, aber was dann in echt keiner mehr in Tent nimmt. Da, wo wahrscheinlich schon seit Jahren niemand mehr hingeschaut hat, war ein guter Blutz, habe mir gedacht. Also bin ich durchs Fenster eingestehen und weit nach hinten in das Haus eingegangen. Ich habe schon einen guten Platz gefunden, wo ich das Daudenbretel verstecken kann. Jetzt darf mir bloß keiner mehr in die Quere kommen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich da herinnen gar nicht allein bin. Der vorherige Besitzer vom Hammerwerk ist ein Rechts scheißal gewesen. Der ist mit seinem Knecht und dem anderen Gesind schlecht um gegangen. Seine Frau und seine Kinder hat er geschlagen ein bisschen verflucht haben. Und sogar die Kinder hat er daher priegelt. Ich weiß, von was ich spreche, warum ein Großvater gewesen ist. Ein großer, starker Mann war das. Mit so viel Gewalt im Körper, dass die Leute schon gemeint haben, der wird nie sterben. Sogar sein eigener Nachwuchs hat er überlebt. Und bis ins Heuhe Alter hat er im Hammerwerk das Heft nicht aus die Hände gegeben. Hat sogar als Kreis noch in Betrieb geführt, sodass nicht Leute irgendwann mehr einen Oidherrn geholfen haben. Aber den Namen hat sich erneut flüstern draht. Er sicher ein Unmensch ist das gewesen. Weil es dann endlich geholfen worden ist mit ihm, da hann ich schon gewusst, dass uns der nicht in Rau laust, schade war der Tod ist. Dass uns der, wenn wir nichts unternehmen auch noch drangsalieren wird, wenn er schon im Grab drin liegt. Also haben wir alles gemacht, was der Brauer so hergibt, damit uns der nach seinem Ableben nicht nach heim sucht. Weil wir so ein Leuch eingetragen haben, haben wir so einen Sarg dreimal bei der Haustier angesetzt. Haben ihm damit gezeigt, dass er nichts mehr zu suchen hat bei uns da. Dass es vorbei ist für ihn und dass er sich bei den Leventinger nimmer sehen lassen darf. Das Bett, in dem er gestorben ist, das haben wir auch so, weil es war, in Hof eingeschoben und verbrennt. Dass nichts, was er ihm tot berührt hat, nichts, wenn noch etwas von ihm dran hängen kann, überbleibt auf der Welt. Und sogar die Oschen davon haben er im Hof hinten vergraben und ein Kreuz aufs Stein drauf gelegt. Aus dem Breedl, auf dem es auch die drei Tage bei uns im Haus gelegen ist, haben wir, weil es der Bra bei uns ist, ein Todenbredl gemacht und haben das Rast vor der Ortschaft am Kalvarienberg neben die Breedl von den anderen alten auf gestellt. So hat alles eine Ordnung gehabt. Alles ist anständig zusammengegangen und der Olt Herr hat eigentlich keine Möglichkeit gehabt, sich an unserer Welt festzuhalten. Aber wir haben nicht mit der Beharrlichkeit vom Olt Herrn gerechnet und an euer Sein ist dann losgegangen. Als erstes haben wir schrieet am Dochbohin umgekehrt, haben wir uns gewundert, wer oder was dort oben umeinander geht. Und dann, weil wir nachgeschaut haben, war nix und niemand zum finden. Das ist aber erst Anfang gewesen, weil schon in der nächsten Nacht haben wir wieder etwas gehört. Und nachher ist es schlimmer geworden. Stickel für Stickel ist er zurückgekommen. Hat sich immer öfter und immer länger da aufgehalten. Bis er dann eine neue Nacht umgegangen ist. Und glaubt man es, ein Mann, der vor einem Monat gestorben ist, das ist kein scheiner Anblick. Ein Mal hat man so eine große, kräftige Gestalt und über den Hof geingesehen. Ein anderes Mal ist er oben in die Balken vom Haupthaus geguckt und hat runtergeleert, dass alle zusammen der Schrock gehand. Oft ist er auch einfach bloß im Eck von der Sturm gestanden, wenn man bei der Nacht noch mal reingegangen ist. Aber eins hat er runter gemacht. Er hat die Leid noch so brutal angegangen wie zu Lebzeiten. Grante und Beis hat er die Angesteiden traktiert, sodass die Gnicht aus dem Hammerwerk und das Gsind aus dem Haas das Weide gesucht haben. Alle haben sie nie im Stil außen, sodass das Hammerwerk nimmer zum Betreiben war und ich hab es auch nicht einmal in Iwe nimmer gekannt. Weil wenn ich keiner hätte, dann wäre ich auch davon geredet. Bald ist das Werk vor die Hand gegangen und für mich hat die schwachste Zeit von meinem Leben angefangen. Ich hab nimmer gewusst, weil ich einen Hof allein halten soll, bis zu der einen Nacht, wo ich verzweifelt in der Sturm geguckt bin und der Altherr auf einmal wieder im Eck gestanden ist, bleich und grönte mit einem blutigen Gesicht. Dann haben ihn zur Rede gestellt, haben ihn gerade ausgefragt, was er da eigentlich will, ob das wirklich seine Absicht ist, so viel Angst zum Verbreiten, bis das Werk noch ganz zum Teufel geht. Und dann hat er mir viel Zeit, warum er da ist. Der Bra sagt nämlich vor, dass der Geist vor dem Sünder noch so lang an unserer Welt gebunden ist, bis er Todenbredel drast im Wider verfallen ist. Erst er noch kann er uns verlassen. Im Fall vom Oidherrn aber wird dann nicht das Himmelreich auf ihm, sondern die ewige Verdammnis in der Heil ent. Und vor dem hat sogar der Oidherr Angst gehabt. Also habe ich eine Abmachung mit ihm getroffen. Ein Pakt, wonach ich dafür sorge, dass das Todenbredel nicht verwittern tut. Dass das so bleibt, weil es ist. Und zwar so lang, weil es geht. Zweimal im Jahr an seinem Sterbetag und an euer Sein gehe ich um Mitternacht gehe ich mit ein und vor zu dem Bredel hin und laufe ein und strech es. Also, dass As schaut weit rein und der Oidherr seine Ankunft in der Heu möglichst lang ein Zeigen kann. Als Gegenleistung geht mich der Oidherr nimmer an, laufe es mich in Rau und sorgt sogar dafür, dass das Werk weiter läuft. In der Nacht steht er im Haupthaus drin und arbeitet, lasst im Finstern das Hammerwerk laufen und mit seinem uralden Stolz und Ehrgeiz schafft er so viel Wecker wie drei Knecht miteinander. Durch das geht es mir als finanziell besser und immer nicht auf die Angebote eingehen. Von dem Hals Abschneider der mir mein Grund für einen Spottpreis angekaufen möchte. Ein Haken hat die Sache aber der Oud Herr ist auch im Tod ein zorniger und brutaler Mann und auf seine zwei wichtigsten Sachen schaut er ganz scharf auf. Das eine davon ist sein Todenbredel am End hängt von dem sein Dasein in unserer Welt an. Jede Nacht schaut er am Kalvarienberg nah ob alles in Ordnung damit ist. Kein einzigen Kratzer darf das drum kriegen und ich mag mir gar nicht ausdenken was er mit einem Macher dauert der sie traut sie an seinem Todenbredel zum vergreifen das andere auf das was er drakonisch aufmärkt ist natürlich sein geliebtes Hammerwerk Tatsächlich gibt's auch immer wieder Leute die bei uns ein Brecher möchtet was meinen es gab etwas zum holen bei uns so weil gerade vorhin zum Beispiel da habe ich vom Fenster ausgesehen weil einer über die Mauer vom Grundstück gestiegen ist und sich zum Haupthaus hingeschlichen hat irgend ebbs hat er dabei gehabt aber ich habe es im Finstern nicht so genau gesehen es ist auch egal der arme Teufel meint wahrscheinlich ihr könnt Geld bei uns auftreiben möcht ein Ment sein miserables Lehm aufbissen aber das Einzige was er da drin beim Uithern finden wird das ist schlimmer als der Tod Diese Folge wurde vorgetragen vom YouTube Kanal Unheimliche Geschichten Schaut am besten gleich mal dort vorbei Der Kanal bietet neben klassischem Horror und Creepy Pastors auch vieles aus der bayerischen Sagenwelt los mit Sagenwelt Vielen Dank.